heute was geht ab leute ich treffe mich jetzt nur mit tatty eigentlich mit ein paar mehr aber am ende bleibt nur noch tatty über motivation war letzte woche sehr hoch diese woche direkt wieder dauernd keiner mehr am start ausser wir und tatty und das letzte mal in diesem jahr kleiner abschluss paar videos drehen wir noch jahresrückblick und sowas jahresvorschau zwei boxen haben auch am start einmal gehen die grüße raus an kings box und dann noch eine kleine überraschung das seht ihr aber dann separat das seht ihr noch heute die kingswood box seht ihr noch heute das soll das alles essen oder das habe ich mich schon beim letzten mal gefragt das ist der platz wo wir angefangen haben damals noch ich blende sie ein barisch nico dimi tatty und ich da hatte ich echt potenziell gesehen genau so hatte ich mir vorgestellt und jetzt am ende des jahres wer bleibt übrig man jahresrückblick wird folgen bis sie gehen raus link ist unten in der beschreibung wie immer die leute haben einfach nur pech wenn sie nicht kommen heute ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ein radiergummi steht hier eraser ist doch ein radiergummi oder okay kleines tisch dir eigentlich perfekt für für jong sein hund oder gute qualität man echt schön man wieder mal eine kaffeetasse borderlands das ist für jongmann 007 man poker chips schon nice schon nice 25 105 das letzte kenne ich gar nicht was das war eine figur schokolade schokolade davon haben wir gleich genug vielen dank für die box wie gesagt link ist unter der beschreibung heute ein kleiner jahresrückblick was so alles passiert eine menge bei mir aber fangen wir erst mal bei tatty an persönlich kanalmäßig und dann also rückblick jetzt persönlich ja aber auch wahrscheinlich jetzt wieder diesen drecksvirus keine ahnung ist auch egal es war dann ein bandscheibenvorfall habe das jetzt auch operiert und jetzt sind auf die andere sprung kommen jetzt in sachen food und so kanal technisch sage ich jetzt mal oder youtube mäßig ist auf jeden fall noch sehr sehr viel luft nach oben aber wir haben auch schöne auch gute sachen gemacht die telegram gruppe hammer ist ist halt einfach so gekommen ist natürlich auch auf natürliche weise gekommen schicksalhaft vielleicht kann man so sagen weil der name super saftig passt eigentlich perfekt auf food und probieren und test und sowas und ich bin echt gespannt wirklich noch zwei tage haben neues jahr und dann ich bin echt gespannt 21 ich weiß noch wo wir da saßen da aber ist ja dieselbe bank da haben wir auf sml janina tanzerbot reagiert knossi abk das waren so die ersten vier videos der reaktion auf smr an schauen die sich zum ersten mal tanzerbot an knossi kennenlernen abk man möchte meinen dass 20 20 eigentlich ein schlechtes jahr war wegen dem virus und so ja aber wir konnten doch doch einige sachen gut mitnehmen ja sagten wir boxen ja mann nein ihm gehört das echt jetzt er hat das gegründet ja koro finanzen bitcoin wer hat wie viele bitcoins es ist digitales geld eigentlich so schlecht war das ja gar nicht mehr ja war eigentlich nicht schlecht und schon ist zurückgekommen glaub an uns hat die so sorry man ist schon bei geschaft das nicht aber ich helfe also erst mal sind wir alle zurückgekommen dann ist nico zurückgekommen schon die miss gekommen und gegangen es wird nur alex eigentlich nur noch aber der kann auch wieder kommen noch die geste auch hat das war so viel ja man aber wir haben drei vier sachen gegessen ein schokohörnchen auch so eine waffel noch irgendwas anderes also immer dasselbe prinzip aber aber lecker sehr lecker wirklich guter keks guter restruktur bei uns ist nur lecker man wir essen nur saftige sachen 20 21 kommt noch mehr leute freut euch drauf wir werden vieles probieren die besten dies das schlechtesten dies das sieben tage dies das da wird noch eine menge kommen freut euch drauf das war's von uns ihr wisst bescheid gib mir ein like kommentar abo check die videos ab folgt uns auf twitch instagram vergesst nicht serious business